Ja, okay. Guck mal, Herr Trotz. Ich weiß nicht, dass wir trotzdem kümmern. Hey, Leute! Scheiße! Was war das denn? Holen wir uns ein Eis, wenn ihr fertig seid. Hat er gesehen morgen aus, als wären wir alle vom Zahnabsch kommen? Oh, fuck! Dann ist die Pussy, die sofort das reißig aufzugeben hat. Oh, wir sind geschlagen, Junge. Was? Warum hat er die ganze Zeit angefangen? Oh, mein Gott, du hast nicht gegessen. Oh, boah! Ich bin raus! Oh! Ich bin raus! Ich bin raus!